Bevor wir uns am Sonntag mit dem aktuellen Stand der Umfrageergebnisse in Bayern befassen werden, da wird ja nächstes Jahr der Landtag neu gewählt, will ich mit euch heute einmal auf die Ergebnisse der Landtagswahlen in Bayern von 1946 bis 2018 blicken. Dabei will ich nicht Wahl für Wahl durchgehen, sondern ich will einfach ein paar Beobachtungen und auch Besonderheiten in diesem Video loswerden. Und da würde ich sagen, steigen wir doch einfach ein. Ihr könnt hier schon auf der X-Achse sehen, wann überhaupt Landtagswahlen stattgefunden haben. Und das waren bis jetzt 18 Stück. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, welche Partei hat denn wohl wahrscheinlich die allermeisten dieser Landtagswahlen gewonnen, dann werdet ihr mit Sicherheit CSU sagen. Die CSU ist ja eine sehr stark Bayern-dominierende Partei. Und wenn wir uns mal die Wahlergebnisse der CSU anschauen, dann finden wir da eben auch Bestätigung, dass die CSU doch sehr stark in Bayern traditionell ist. Die schwarze Kurve gibt die Wahlergebnisse der CSU an und die rote Kurve gibt die Ergebnisse der SPD an. Die SPD ist mit zwei Ausnahmen immer zweitstärkste Kraft geworden. Die positive Ausnahme für die SPD ist das Jahr 1950. Da ist man stärkste Kraft geworden. Was da los war, werde ich euch gleich auch nochmal ein bisschen genauer erzählen. Also was da für Parteien auch noch sehr stark geworden sind, das werde ich dann nachher erläutern. Und ja, die andere Ausnahme, die negative Ausnahme ist das Jahr 2018. Da ist man nicht nur im einschlägigen Bereich gelandet, sondern ist nur fünf stärkste Kraft geworden. Hinter eben CSU, Grüne, Freien Wähler und AfD. So, aber ansonsten, ja, ist bei der SPD immer der zweite Rang gepachtet gewesen für eine sehr, sehr lange Zeit eben. Wenn wir uns mal die Ergebnisse der CSU anschauen, dann können wir durch Nachzählen eben herausfinden, in zehn Fällen, also in mehr als der Hälfte aller Landtagswahlen, hat die CSU die absolute Stimmenmehrheit bei den Wahlen geholt. Das erste Mal 1946 und dann von 1970 bis 2003 ununterbrochen. Also da war eine sehr, sehr lange Phase gewesen, in der die CSU absolute Mehrheiten geholt hat, bezogen auf die Stimmen. Und natürlich gab es auch absolute Sitzmehrheiten. Das heißt, ein Koalitionspartner brauchte die CSU eben ziemlich lange in Bayern nicht. Jüngst schon, da brauchten sie jemanden, da haben sie die Freien Wähler genommen. Aber lange, lange Zeit konnte die CSU alleine regieren. Und das betrifft nicht nur eben die Wahlergebnisse hier mit absoluter Stimmenmehrheit, sondern es gab auch eben noch drei weitere Wahlen. Da hat das Stimmenergebnis, auch wenn es nicht über 50 Prozent waren, gereicht, um eine absolute Sitzmehrheit zu bekommen. Und zwar betrifft das hier das Jahr 1962, das Jahr 1966 und dann zuletzt das Jahr 2013. Da hatte man auch eine absolute Sitzmehrheit im Parlament. Also in 13 von 18 Wahlen hatte man eine absolute Sitzmehrheit. Das ist eine ziemlich starke Quote. Das ist mehr als bei zwei Dritteln aller bisherigen Landtagswahlen. Das bis dato beste Ergebnis wurde 1974 erzielt mit 62,1 Prozent. Da ist dann am Ende des Tages Alfons Goppel Ministerpräsident geworden. Also ich weiß nicht, ob er schon vorher Ministerpräsident war. Das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Aber das Ergebnis der Wahl war, dass er eben Ministerpräsident geworden ist. Und bei Edmund Stoiber war das 2003 der Fall. Da gab es das zweitbeste Ergebnis für die CSU jemals. Das waren 60,7 Prozent. Jetzt ist tatsächlich das Kuriose tatsächlich, obwohl die CSU 1974 mit 62,1 Prozent das beste Ergebnis jemals erzielt hat, hat sie gemessen an den Sitzen, also am Sitzanteil, 1974 nur ihr drittbestes Ergebnis erzielt. Da hatte die CSU 132 von 204 Sitzen geholt und war damit vier Sitze von der Zweidrittelmehrheit entfernt. Und das ist, wie gesagt, nur das drittbeste Ergebnis, wenn man den Sitzanteil nimmt im Parlament. Besser war das Ergebnis 1982. Da hat man nämlich 133 Sitze geholt, also einen Sitz mehr von diesen 204. Das lag aber daran, dass die FDP es eben nicht in den Landtag geschafft hat. Davon profitierte dann eben die CSU bei der Sitzverteilung. Und 2003 hat man das bis dato beste Sitzergebnis erzielt, nämlich 124 von aber nur 180 Sitzen im Landtag. Und damit hatte die CSU das erste und bis dato einzige Mal eine Zweidrittelmehrheit im Bayerischen Parlament gehabt. Das ist schon ein ziemlich starkes Ergebnis tatsächlich. Ja, das also mal zu dieser durchaus Dominanz, die man der CSU hier in Bayern attestieren kann. Jetzt schauen wir uns mal die Wahl von 1950 an, denn die ist tatsächlich besonders. Denn die SPD hatte damals 28,0 Prozent der Stimmen geholt, hatte 0,6 Prozentpunkte weniger geholt als bei der Wahl 1946. Die CSU hatte 27,4 Prozent geholt, ist also nur zweitstärkste Kraft geworden. Und am Ende des Tages konnte trotzdem die CSU den Ministerpräsidenten stellen. Und zwar in einer Koalition mit der stärkeren SPD. Das mag jetzt tatsächlich verwundern, denn man könnte ja eigentlich erwarten, dass die stärkste Kraft den Ministerpräsidenten stellt. Aber tatsächlich, wenn man auf die Sitze im Parlament schaut, war die CSU eben die stärkste Kraft gewesen mit 64 Sitzen. Die SPD hatte nur 63 Sitze. Und jetzt mag man tatsächlich auch verwundert bleiben und fragen, warum war das denn so? Warum hat denn die SPD als stärkste Kraft nicht die meisten Sitze bekommen? Und das liegt daran, dass es früher eben Überhangmandate gab, aber nicht wie heute Ausgleichsmandate. Und die CSU hatte zwei Überhangmandate geholt. Und dafür mussten die SPD und die Bayern-Partei jeweils einen Sitz abgeben. Und so kam es eben, dass die CSU am Ende einen Sitz mehr hatte als die SPD und sich das Recht eben dann herausnahm, als im Parlament stärkste Fraktion auch den Ministerpräsidenten stellen zu können. Und Hans Ehart von der CSU wurde dann eben zum Ministerpräsidenten gewählt in einer Koalition, bestehend aus CSU und SPD. Diese Wahl 1950 ist aber noch aus einem anderen Grund sehr besonders, denn der Stimmenanteil der sonstigen Parteien zusammengenommen war stärker als der Stimmenanteil der SPD oder eben auch der CSU. Und das liegt vor allen Dingen an zwei, nein, ich kann nicht sagen Parteien, weil das eine war ein Parteienbündnis, das lag an einer Partei und einem Parteienbündnis, warum die sonstigen so gut performt haben. Die Bayern-Partei hatte nämlich 17,9 Prozent geholt bei der Wahl und damit 39 Sitze eingefahren. Wie gesagt, sie haben ja einen Sitz verloren durch die zwei Überhangmandate der CSU. Und dann gab es eben eine Wahlgemeinschaft, die angetreten ist, bestehend aus der BHE. Das ist eine Partei, die da lautet Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten. Da waren tatsächlich auch dann verhältnismäßig viele ehemalige NSDAP-Mitglieder Mitglied gewesen in der Partei. Und ja, der BHE ist damals zusammen angetreten mit DG der Deutschen Gemeinschaft und BHE-DG also. Die haben zusammen 12,3 Prozent bei dieser Wahl 1950 erzielt und damit 26 Sitze geholt. Und die FDP hatte mit 7,1 Prozent noch zwölf Mandate holen können und ist auch noch in den Landtag eingezogen. Das also mal zu dieser Wahl 1950, die war eben ziemlich besonders. Zum einen, weil die CSU nicht stärkste Kraft geworden ist, trotzdem die CSU mit der stärksten Kraft, zumindest vom Stimmenanteil, eben koaliert hat und den Ministerpräsidenten gestellt hat und weil eben auch die sonstigen Parteien sehr stark performt haben. Die nächste Wahl 1954 war aber auch besonders, denn da lag die CSU zwar klar wieder vor der SPD. 38 Prozent CSU gegenüber 28,1 Prozent SPD. Aber die SPD schaffte es, für einen längeren Teil in der Legislaturperiode den Ministerpräsidenten zu stellen. Und das ist das erste und auch bis heute einzige Mal, dass die SPD in Bayern den Ministerpräsidenten stellen konnte für eine gewisse Zeit. Und vor allen Dingen ist es auch das erste und einzige Mal, dass eben nicht die CSU den Ministerpräsidenten seit 1946 gestellt hat. Und zwar ist es so, dass damals die SPD mit 61 Mandaten, die Bayern-Partei mit 28 Mandaten, der BHE, der ist dann damals wieder als einzelne Partei angetreten, mit 19 Mandaten und die FDP mit 13 Mandaten eine Koalition eingegangen ist. Also alle Parteien, die im Landtag waren, haben sich zusammengetan, außer eben die CSU und haben eben eine Koalition gebildet. Und so wurde William Högner von der SPD letzten Endes Ministerpräsident. Das war vom 14. Dezember 1954 bis zum 8. Oktober 1957. Dann ist die Koalition zerbrochen an einer Spielbankenaffäre oder an der Spielbankenaffäre. Und dann hat eben Hans Seidel von der CSU am 16. Oktober 1957 das Amt des Ministerpräsidenten übernommen, in einer Koalition bestehend aus CSU, FDP und BHE. Und dann war für die CSU die Welt in Bayern wieder in Ordnung. Und seitdem gab es auch keinen Ministerpräsidenten mehr, der nicht von der CSU stammte. Soviel also mal zur CSU und zur SPD. Jetzt sehen wir hier die Kurve für die FDP. Und die FDP, die hat bei allen 18 Wahlen teilgenommen. Sie hat allerdings nie ein zweistelliges Ergebnis in Bayern erzielt. Das können wir hier sehen. Also da gab es nie irgendwie so den ganz krassen Ausreißer nach oben. 2008 hat man das Rekordergebnis erzielt mit 8,0%. 1998 dagegen war der Tiefpunkt erreicht mit 1,7%. Aber ein zweistelliges Ergebnis sucht man hier bei der FDP vergeblich. In 6 von 18 Fällen, also bei jeder dritten Landtagswahl, hat die FDP die 5-Prozent-Hürde nicht geschafft. Wobei, da muss ich jetzt gleich einschränkend sagen, es gab eine ganz schön lange Zeit in Bayern eine andere Hürde. Aber in 6 von 18 Landtagswahlen wurde eben weniger als 5% erreicht. Allerdings, jetzt habe ich gesagt, bei jeder dritten Landtagswahl, das täuscht darüber hinweg, dass bis 1982 die FDP immer mindestens 5% hatte. Erst ab 1982 hat man Wahlergebnisse von unter 5% erzielt. Und dann eben ziemlich häufig. Denn nur 1990, 2008 und 2018 hat man eben die 5-Prozent-Marke knacken können. Ansonsten lag man drunter. Also die jüngere Vergangenheit, naja gut, 1982 liegt jetzt auch 40 Jahre zurück, aber die letzten 40 Jahre waren für die FDP in Bayern oft nicht so schön gewesen. Und man hat es eben oft nicht in den Landtag geschafft. Aber apropos nicht in den Landtag schaffen, das ist in Bayern lange Zeit eben eine Besonderheit gewesen. Denn 1966 zum Beispiel, da hatte die FDP 5,1% geholt, ist es so, also 1966, dass die FDP es trotzdem nicht in den Landtag geschafft hat. Und warum ist das so? Weil man nur dann in den Landtag eingezogen ist, wenn man in einem der Bezirke die 10-Prozent-Hürde geknackt hat. Und das hatte eben die FDP 1966 nicht geschafft. Und so ist es eben gekommen, dass die FDP nicht in den Landtag eingezogen ist. Das gleiche Schicksal ereilte übrigens die KPD hier bei der allerersten Wahl 1946. Die KPD hatte sogar 6,1% insgesamt erzielt, aber hat eben in keinem der Bezirke diese 10-Prozent-Hürde knacken können. Und deswegen wurde die KPD eben bei der Sitzverteilung nicht berücksichtigt. Ich habe allerdings, das muss ich jetzt zugeben, nicht geschaut, weil in Bayern die 5-Prozent-Hürde eingeführt worden ist. Jetzt nochmal kurz zurück zur FDP. Die FDP war von 1954 bis 1958 in der Regierung, auch wenn es da diesen Wechsel gab von eben diesem SPD-Ministerpräsidenten zum CSU-Ministerpräsidenten. Dann war die FDP von 1958 bis, es müsste 1962 gewesen sein, in der Regierung. Und ja, 2008 war sie das letzte Mal an der Regierung beteiligt. Nächste Kurve. Das ist die Kurve der Grünen. 1978 noch hier als AUD angetreten. Da gab es die Grünen ja nicht. Das ist die Aktionsgemeinschaft unabhängiger Deutsche gewesen. Da seht ihr also das Weilegibnis von AUD angegeben. Ansonsten sehen wir bei den Grünen Folgendes. Sobald sie einmal in den Bayerischen Landtag eingezogen sind, sind sie auch nicht mehr rausgeflogen aus ihm. 1986 ist man das erste Mal eingezogen und hat das bis heute geschafft, nicht wieder rauszufliegen. 2018 wurde das Rekordergebnis mit 17,6% erzielt. Man wurde zweistärkste Kraft. Aber im Unterschied zu SPD und FDP muss man sagen, die Grünen waren eben noch nie Teil der Landesregierung in Bayern. Also, das heißt, zwar ist man zweistärkste Kraft in einem ziemlich starken Ergebnis geworden, aber die CSU hat sich für einen anderen Koalitionspartner das letzte Mal entschieden. Und zwar für die hier in Orange angegebenen Freien Wähler. Die Freien Wähler haben 1994 mit 0,1% begonnen, haben sich dann auf 3,7 und 4,0% gesteigert und sind 2008 erstmals in den Landtag eingezogen mit 10,2%. Dann folgten 9,0 und letztlich 11,6%. Und mit 11,6% ist man eben drittstärkste Kraft geworden das letzte Mal und hat das Rekordergebnis als freie Wähler erzielt. Die Linke und auch die AfD, die haben natürlich noch nicht so eine lange Geschichte in Bayern. Die Linke trat auch nur dreimal an oder trat dreimal an und hat das dreimal nicht in den Landtag geschafft. Die AfD hat es 2018 in den Landtag geschafft als viertstärkste Kraft und mit einem zweistelligen Ergebnis. So, und jetzt noch die Kurve der Sonstigen. Da sieht man ja 1950 ein exorbitant starkes Ergebnis. Wir sehen aber auch, dass in der frühen Bundesrepublik wir hier einen relativ großen Stimmanteil für die sonstigen Parteien haben, was eben daran liegt, dass damals noch andere Parteien eine Rolle gespielt haben, die es heute gar nicht mehr gibt oder die heute eben keine Rolle mehr spielen. Also die Bayern-Partei zum Beispiel, die gibt es heute auch noch, aber die ist bei Weitem nicht mehr so stark wie damals 1950 oder 1954. So, und ja, was bei den Sonstigen noch zu sagen ist, sind im Prinzip drei Dinge. Dann endet dieses Video auch. 1966 hatte es die NPD in Bayern in den Landtag geschafft, mit 15 Sitzen. 1990 hätten es die Republikaner um ein H in den Landtag geschafft, mit 4,9%. Und 1946 gab es eine parteiwirtschaftliche Aufbauvereinigung, die sogar mal zeitweise Teil der Landesregierung war, aber danach eben nie wieder und dann auch untergegangen ist. Das also mal hier zu den Wahlergebnissen in Bayern bis 2018. Wie es jetzt für 2023 aussieht, das schauen wir uns mal am Sonntag an.